Hey, und da sind wir wieder und ich hab natürlich einen Gast, den habt ihr ja auch ganz kurz im Hintergrund schon gehört. Nee. Nämlich der KaliX Beach, der krass. Ja, ich hab ein paar Geburtstagstorten geschenkt bekommen, denn Leute, ich hab heute Geburtstag. Jawohl, Leute. Gäste sind heute Kata und Dreamton. Hallo. Hey, meine Rar-Bauken, meine Rar-Bauken, meine Rar-Bauken, meine Rar-Bauken, meine Rar-Bauken. Und wir befinden uns in einer ganz normalen Vanilla-Minecraft-Welt-Nein. Wir spielen heute um 500 Euro. Ja. Gesammelt.